Ein Blick hinter die Kulissen der Schweinezuchtindustrie. Verstörende Bilder. Was für viele Menschen unvorstellbar erscheint, ist der Alltag für diese Tiere. Animal Rights Watch dokumentiert in vier Bundesländern das Leben von Schweinen in Deutschland. Die Sauen stehen, nachdem sie befruchtet wurden, in der Regel für mindestens vier Wochen in sogenannten Kastenständen, in denen sie sich weder umdrehen noch vorwärts bewegen können. Diese sensiblen und intelligenten Tiere sehen für Wochen nichts weiter als die eingeschränkte Sicht durch die Gitterstäbe. Die Monotonie und Frustration, die diese Tiere erfahren müssen, ist für uns kaum vorstellbar. Sie leiden stumm oder werden wahnsinnig durch Beschäftigungslosigkeit, Enge und Durst. EU-weite Regelungen verlangen bereits seit Ende 2012, dass Zuchtsauen nicht mehr dauerhaft fixiert werden dürfen, sondern während eines Teils ihrer Schwangerschaft in Gruppen gehalten werden müssen. Unsere Recherche deckt auf, dass noch nicht einmal diese minimalen Verbesserungen von der Industrie weitflächig umgesetzt werden. Wir fanden Sauen vor, die monatelang im Kastenstand fixiert worden waren. Viele hatten keinen Zugang zu Trinkwasser und keinerlei Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Ein erschreckender Fund bei einem der größten Züchter in Deutschland zeigt, dass die Geburten teilweise schon einsetzen, bevor die werdenden Mütter in die für die Geburt vorgesehenen Abferkelboxen gebracht werden. Orientierungslos irren die Neugeborenen auf der Suche nach den Zitzen ihrer Mutter zwischen Hunderten aneinandergereihten Schweinen umher. Andere wurden bereits totgetreten oder zu Tode gequetscht. Von der eigenen Mutter, die ihren Nachwuchs bei dem Versuch, sich hinzulegen, um sie zu säugen, erdrückt. Untertitelung des ZDF, 2020 Andere Neugeborene wurden in Pappkartons entsorgt oder türmen sich in den riesigen Kadavercontainern des Betriebs. Nicht nur Ferkel, sondern auch erwachsene Tiere sterben tagtäglich in dieser Industrie und werden wie Müll weggeworfen. Und sommer, die sich nicht untertitelung des ZDF, 2020 Auch in den sogenannten Abferkelboxen, wo die Muttersäue ihre Kinder zur Welt bringen, kann es vorkommen, dass die Ferkel wegen des Platzmangels von der Mutter erdrückt werden oder sie mit ihren Füßen in den zu breiten Spaltenböden festklemmen und verdursten. Die Sauen sind auch in den Abferkelboxen fixiert. So können Arbeiter mit den Ferkeln hantieren, sie bei vollem Bewusstsein kastrieren oder ihnen die Zähne und die Schwänze abschneiden. Die Mütter haben währenddessen keine Möglichkeit, ihre Ferkel zu verteidigen. Die schockierende Realität für Schweine in Deutschland ist ein Leben voller Entbehrungen, Schmerzen und Leid. Wir alle haben die Möglichkeit, dieser Grausamkeit unsere Unterstützung zu entziehen, indem wir Tierprodukte durch leidfreie, vegane Alternativen ersetzen. Das Schicksal von Millionen fühlender Lebewesen liegt in unserer Hand.